Also so an sich riechen. Also ganz normal, ohne dass irgendwelche Körperflüssigkeiten ausgetreten werden. Du willst also folgendes sagen. Erstens, es gibt da einen Korruptionsskandal, in den alle möglichen Sportler verwickelt sind. Zweitens, unser Strippenziel ist ein Chirurg namens Mitchell, ein Mann, der zusammen mit Dunn im Krieg war, richtig? Vielleicht ist das nur eine falsche Werte. Vielleicht. Aber es könnte auch eine falsche Fährte sein. Egal. Wo war ich noch gleich? Drittens, nicht wahr? Drittens. Da Dunn ihm auf den Färzen war, hat Mitchell oder wer auch immer einen Ameisenbär angeheuert, um ihn zu beseitigen. Und da du ja auch ins Westennest gestochen hast, war er hinter dir her. Doch der Ameisenbär hat einen Fehler gemacht und Mitchell oder wer auch immer hat ihn umgelegt, um seine eigenen Spuren zu verwischen. Und, Moment, viertens. Der Schlüssel zu all dem ist ein gemeinsamer Freund von Dunn und Mitchell, Craig Spannell. Kannst du ihm wirklich vertrauen? Hm. Eigentlich traue ich niemandem über den Weg. Das stimmt. Du solltest wissen, dass ich niemandem über den Weg traue. Außer deinem Freund Weakley versteht sich. Viertens. Äh, ich meine, fünftens. Dann wurde fünf, äh, ich meine, vier Tage nach dem Tag ermordet, an dem er Spannell bei sich aufgenommen hatte. Wenn ihn das mal nicht zum Verdächtigen macht. Ergibt doch Sinn, oder? Ja, das könnte einen Sinn ergeben. Ha! Wer ist hier jetzt der Detektiv? Widmen wir uns den Verdächtigen. Du hast Smirnoff gesagt, dass du von Yales Unschuld überzeugt bist. Aber was ist mit O'Leary? Ähm, sechstens. Also, O'Leary, ich glaube nicht, dass der da irgendwie mit drin hängt. Ist zwar ein Arsch, aber unwahrscheinlich. Ne, schade, hätte er sein können. Ha! Ha! Okay, das passt auch nicht. Ich hätte schwören können, dass das passen könnte. Ich bezweifle, dass es Dings war. Weil O'Leary kann ich mir nicht vorstellen. Einer von Dings Kriegskameraden hat versucht, sich als jetzt Arzt auszugeben. Mitchell, der Chirurg könnte zentrale Figur dieses Falls sein. Hm. Ich probiere das noch mal. Uh, krass. Pass auf, dann war's, Mary. Ne, schade. Das sein kann. Der Arbeitsende hat Joe Dunn und Clarice Freeman ermordet. Das wissen wir ja. Das wissen wir ja. Ich glaube zwar nicht 100% pro, dass das Mitchell war, aber hm. Was ist, wenn ich das und das nehme? Das läuft 100% darauf hinaus, dass ich das hier nehmen soll. Ah, das wär's ja jetzt auch gewesen. Ach, wir nehmen einfach mal... Okay, das funktioniert nicht. Bleibt ja eigentlich bloß noch... Hä? Okay, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Auch wenn das jetzt ein Schmied auf Lügel zu tun hat. Ach, das hatten wir ja vorhin schon, ne? Wir haben immer noch diese... Diese Fußabdrücke, ne? Und das ging ja auch nicht, oder? Ne. Was macht denn jetzt hier am meisten eigentlich Sinn? Das hatten wir ja auch, oh, ja. Boah, boah, das ist echt gerade ein bisschen... VFV, kann man sagen. Scheiße. Also ich muss was auswählen, nur was nehme ich denn da? Hat versucht, sich als Yields Artsource zu geben... Hm. Hm. ok das hat mich natürlich jetzt auch überrascht das funktioniert hat er im krieg waren dann und seine kumpel als die olympischen fünf bekannt mitchell der chirurg könnte die zentrale figur dieses falls sein hier als arzt könnte es gewesen sein dass wendel das mitchell wie komme ich auf wendel diese morde zu gehen ach man das einzige was jetzt wäre ich könnte einmal ringsrum jeden scheiß durchgehen aber das ist ja auch nicht sinn der sache was ich wollte gerade sagen er hätte ihn in seinen keller geschleift eine kleine ansprache gehalten und ihn dann selbst umgebracht nein ich kenne o'leary und er hätte keinen killer geschickt er hätte die sache selbst in die hand genommen was ist mit cassidy siebtens stimmt's kassidy könnte sein kassidy könnte es gewesen sein ich denke ich kann kassidy als dans mörder ausschließen er scheint mir zu impulsiv zu sein um so ein hinterhältiges verbrechen zu planen stimmt feier hinterhalt wer geplant hat wusste auch dass der selbstmord als täuschung entlarvt werden würde also wurden die spuren so gelegt dass sie belasten kassidy ist so impulsiv um so ein plan in die tat umzusetzen also auch wenn du noch deine zweifel hast mitchell ist unser strippenzieher und weißt du auch warum weil in den romanen der mörder immer jemand ist den der detektiv von anfang an schon kennt tja in britischen romanen mag das ja so sein du weißt schon wenn grundsätzlich alle verdächtig sind die sich in der villa aufhalten doch das hier könnte ein amerikanischer krimi sein wo der detektiv bis zur letzten szene im dunkeln tappt du meinst wir wissen immer noch nicht wer im hintergrund die fäden zieht das habe ich nicht gesagt wie lief's denn mit helen moore ja hab überhaupt nichts rausgekriegt obwohl es ganz vielversprechend anfing ich habe sie gefragt ob ich sie zusammen mit ihrem freund al stone interviewen kann da ich so eine große nummer bin sagten sie sofort ja aber perfekt also zeit für das interview ich frage sie beide abwechselnd damit sie sich nicht langweilen also wer fängt an ähm helen fragen hier eine frage an helen haben sie keine erwachsenen sich näher der was genau aussuchen könnte wie hier bezahlt ihn oh gott was können sie uns zu den gerüchten sagen denen zufolge sie ein verhältnis mit desmond o'leary hatten ach schätzchen es wäre ja wohl wirklich schade wenn sie diese halbseidende gestalt in ihrem artikel erwähnen würden oder warum ich bin mir sicher ihre zeitung würde nur ungern jemanden feuern der so viel talent hat wie sie ah ja gut gut also hier eine frage an er was geht ihnen durch den kopf wenn sie an den kampf gegen jell denken was meinen sie dazu dass eine mensch aber auch im haupt antreten zu dürfen sind sie nicht mal eifersicht dass sie geteilt werden müssen schon in zwölf tagen wird der herausforderer versuchen ihnen den titel abzunehmen was geht ihnen durch den kopf wenn sie an den kampf gegen jell denken ähm ja klar mein el wird diesen penner in den arsch treten nicht wahr mein schatz ja nun wir werden sehen gibt keine schwachen gegner unsinn du bist und bleibst weltmeister nächste frage und weiter tu mal bei der frage hier eine frage an sie beide wie haben sie sich kennengelernt was hätten sie vom sport im fernsehen also was ist mit heraten und kindern wie haben sie sich kennengelernt äh bei einer party von des äh wessen party das war spielt doch überhaupt keine rolle wohl aber dass ich dich da gesehen habe und du mich unsere wege haben sich gekreuzt und unser leben hat sich für immer verändert und jetzt Foto machen Zeit für ein Foto Wie sollen wir posieren? Am besten gar nicht Tennis gegen Boxen Rücken an Rücken Turteltaum Gut Wie wärs mit einer Umarmung Ich will die große Liebe spüren Ähm Mit äh Raumst du das Bild ein Mit Arm machst du ein Foto Okay Sollte passen wo? Ganz Amerika beneidet sie Gut Noch eine Frage und Äh Schatz Kannst du die vielleicht beantworten? Ich muss ganz schnell einen Fan begrüßen Dann gleich wieder zurück Mr Pulitzer Moment Du meinst sie hat aufgehört zu lächeln als ein Fan auftauchte? Ähm Ja Kannst du mir den eventuell beschreiben? Ich kann ihn dir sogar zeigen und zwar sobald ich diese Fotos hier fertig entwickelt habe Ich hatte es übrigens auch merkwürdig also habe ich während ich Stone weiter interviewt habe heimlich die Gelegenheit genutzt und Moore zusammen mit ihrem geheimnisvollen Fan fotografiert Oder Mitchell Na gut Wo waren wir noch gleich? Äh Was meinen sie? Dazu dass er einen Manager brauchen überhaupt Was geht denn durch den Kopf? Äh 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 Lippen zusammen packen Puh Machen wir das Foto Augen zu Kinn auf die Faust hoch Rechten Augen hoch Mal sehen was sie davon halten Schließen sie die Augen und legen sie ihr Kinn auf ihre Faust Der boxende Denker So Ja Ja Kann ich da? Äh Hallo? Ah Moment Ich habe verwackelt So bleiben Ich mache noch eins Was ist bloß heute mit mir los? Bitte nicht bewegen Jetzt haben wir es Sollen wir weitermachen? Äh Machen wir mal das Ihr Manager ist Frank Cassidy Der Präsident des Verbands der Boxmanager von New York Ihm zufolge sollten nur Boxer antreten dürfen Deren Manager Mitglied seines Verbands sind Was meinen sie dazu? Cassidy ist wirklich ein toller Manager Keine Klagen Und als Präsident des Verbands Hängt er sich wirklich voll rein Aber Ich weiß nicht Vielleicht hatte Joe Dunn in diesem Fall ja doch recht Warten sie mal Nein Könnten sie Könnten sie meinen letzten Kommentar wohl als inoffiziell betrachten? Sie wissen schon Das braucht keiner wissen Ich schweige wie ein Grab Oh Stone hat Angst vor Cassidy Ich mache noch eins In Ordnung? Drehen sie sich um und zeigen sie mir ihren Bizeps von hinten So? Genau Na? Hallo? Was ist denn heute nur los mit mir? So bleiben Ich mache noch eins Die Echse Nicht auf die Reihe Nicht bewegen Wird auch Zeit Endlich Das war's Warte mal Meinst du jetzt Dass die Fotos wirklich entwickelt sind Oder hast du das bloß Don so erzählt? Haha, beides Sieh mal hier Ja, das interessiert hier nicht Aber das interessiert mich Schau dir mal seine Hand an Zieht der bei der Moe was aus der Tasche? Oder steckt der was da rein? Wer ist der Typ? Wer ist der Typ? Ich weiß, dass der kein Fan ist Du hättest Du hättest ihr Gesicht sehen sollen Als sie den gesehen hat Aber warum? Was haben die dann mit dem zu schaffen? Das könnte er einmal Und dann war hier Ah Ich habe diese Streichholzschachtel schon mal gesehen Jawohl Ich glaube im Pokerclub, ne? Warte mal Meister Hast du mir gerade überhaupt zugehört? Wir müssen uns diese Bilder weiter genau ansehen Wir brauchen eine Spur, die uns zu Mitchell führt Hey! Siehst du? Da! Ich habe sie ja gesagt Also das habe ich jetzt nicht so verstanden Wo hat der die Streichhölzer jetzt her gehabt?